Ich weiss schon, dass das RDM schon weis auf Aufnahme ist, ich kann das gern noch gut zeigen. Kein Problem. Mein Name ist Dietrich. Ja, dein Name ist Dietrich, ich weiss. Dann bringen wir uns jetzt, dass wir das sogar machen. Ah, das ist mir jetzt auch schon gut. Nö, ich kann fliegen. Ja, ich kann schon hier gucken. Ob ich leider kein Geld suche. Ich weiss, du bist ja immer mit einer Zaun. Jo. Jo. Wie viel ist es denn, wer hier kommt, der wird? Ja. Von außen. Jo. Was würdest du denn sagen, wenn der hier unbefähig da unten landet? Was wüsst du? Ö, 300.000? Verhandelt war schon ein bisschen viel. Ich kann ja das Geld nehmen, was ich jetzt durch Drogen fahrrein. 100.000? Wird. 70.000. Aber 150.000. Das ist 150.000. Ja, 150.000. Okay, natürlich. Solange der Heiler ist. Ich bin gleich ein bisschen näher am Geldautomat an. Ich glaube nicht, was ist vor. Ah, muss man noch die Fälle oder was? Ja, ich muss noch die Fälle. Sehr gut. Jetzt müssen wir die 50.000 mit dem Kollegen auf dem Pfad nehmen. Ja, genau. Bitte. Wie gut läuft mit dem Kollegen auf dem Pfad? Ewa. Das war... Zeigst du wieder aus? Ja, er ist okay. Ja, das ist okay. Ich halte aus, aber ich lasse neben uns auf. Hälfte der Vorhilfe danach. Okay. Ja, das ist okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020